Hallo, was musst du braun, oder? Haben wir auch knass noch. Wir haben einen Brief gekriegt. Wir haben einen Brief gekriegt. Wir haben einen Brief gekriegt. Ich frag mich nur, von wem? Bro, ist dir mal aufgefallen, Daten und Billard hat so viele Gemeinsamkeiten. Warum, Bruder? Weil du es nur einmal im Jahr machst? Nein, Bro, weil man versucht, so schnell wie möglich einzulocken. Und man vermeidet es, die Schwarze zu treffen. Als die rote Sonne in Japan versand, rot wie Mond. Das Geheimrezept. Immer eine Zeile schreiben, ein Tropfen Maggi. Wieder eine Zeile schreiben, ein Tropfen Maggi. Dritte Zeile schreiben. Ein Tropfen Maggi. Uf, uf. Du elender Satzpresser, du scheiß Kartoffelstehler, du elender Haubentaucher, du dreckige Hohen von die Wette, deine Mutter. Der war doch mal ein YouTuber und so. Das war doch mal ein Superstar. Warum tut denn der jetzt auf einmal mal an? Warum saniert denn der jetzt auf einmal Häuser? Hä? Steckt da vielleicht doch mehr dahinter, als man denken würde? Hä, Leute? Man weiß nicht. Ja! Man kann sich das Leben auch selbst schwer machen. Wisst ihr? Man kann immer alles ernst nehmen. Man kann immer alles scheiße reden. Man kann sich das Leben auch selbst scheiße denken. Oder das Leben kann auch das Paradies sein. Das entscheidet ihr immer selber. Aber bei mir ist das Leben natürlich immer herrlich, Leute. Was ist die Hauptstadt? Was ist die Hauptstadt von Deutschland? Äh, Hauptstadt von Deutschland? Äh, Kassablan? Frau? Hä? München, München, München. München. Oh, nein, 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 nein! Es ist so, als ob ich Franzose bin. Sorry, sorry, sorry. Eine Frage. Ich habe Französisch. Du kennst es, wie Hanaufer? Hanaufer. Du willst es? Nein, ich will Hanaufer. Hanaufer, geradeaus. Ich weiß nicht, Hanaufer. Hanaufer, Hanaufer. So Leute, heute mit Einlasskontrolle. So. Leute, komme ich rein oder nicht? Was meint ihr? Oh Gott. Ich würde nicht weh. Und? Ausweis? Ja, kein Problem. Ausweis habe ich hier. Geht das? Guck mal. Security, ist das okay? Und du? Ich glaube, ich komme hier nicht rein heute, Leute. Just then, the king felt true fear for the first time. Halt sieben, aufhören! Nee, um sieben Uhr öffnen wir. Ist das egal, halb sieben? Nee. Mach jetzt die Tür auf. Nee. Aber hast du vorhin? Nee. Diese halbstecke weiß ich nicht. Nee. Mach jetzt die Tür auf. Nee, um sieben Uhr. Mach jetzt die Tür auf. Sieben Uhr. Sieben. Sie machen jetzt auf. Nee. Tschüss. Nee. Dieser Sicherheitsmann verspürt einen anderen Drang, dem er auch gleich nachgeben wird. Um alle Zweifel auszuräumen, ja, der Mann leckt tatsächlich über unsere Kameralinse. Wir haben eben die Kamera abgeleckt, ne? Ja, dro, mu jamme de pulle. Das fac visite in gura. Das geht weiter. Das ist ein Teil der Garten. Das geht. Das geht. Das geht. Bis zum nächsten Mal. Hier wurden wir wieder gescampt und zwar diesmal von Booking.com und zwar habe ich was gebucht. Auf dem Foto war eine Aussicht mit Kracht und Amsterdam. Aber gebt euch das jetzt mal, was die mit uns gemacht haben. Als wir ankamen, dachte ich, ja mal stabile Aussicht. Ich mache das Fenster auf und gebt euch das. Habt ihr das schon mal gesehen? Einfach ein Poster im Hinterhof. Gebt euch das. Gebt euch das. Gebt euch das. Untertitelung des ZDF, 2020